Die Karte kriegst du noch mal rein. Ja, alles klar. SR. Alles klar. So, damit herzlich willkommen an dieser Stelle, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass ihr soweit reingeschaltet habt zu unserem heutigen Morning Call. Wir haben einige Themen, die auf jeden Fall heute noch tiefer bei uns auf der Agenda stehen. Zum einen wollen wir ganz klar den DAX uns etwas heute genauer anschauen, nachdem wir schon gestern doch recht gut gelaufen sind. Auslöser, Arbeitsmarktdaten, die wir am Freitag bekommen haben. Das lässt natürlich wieder so ein bisschen die Hoffnung schüren, dass die Zinsen möglicherweise doch vorzeitig gesenkt werden können. So zumindest die Marktreaktion. Des Weiteren haben wir auch noch die Disney. Und zwar bringen wir da oder bekommen wir heute da Zahlen raus. Und in diesem Zusammenhang wollen wir uns natürlich auch die Netflix etwas genauer anschauen. Ja, und ganz wichtig, MicroStrategy, den Bitcoin werden wir uns auch noch mal anschauen. Und dann, last but not least, werden wir auch noch mal auf die Tesla näher darauf eingehen. Elon Musk hat gestern auch da noch mal einen Tweet soweit abgesetzt, was das Model Y betrifft mit der Reichweite. Möglicherweise auch für uns weiterhin sehr interessant. Warum? Weil wir haben das ja schon in den letzten Tagen oder in der letzten Woche besprochen, dass wir möglicherweise auch da ein Trade planen. Aber alles weitere dazu besprechen wir dann jetzt gleich bei uns in der Sendung. Bevor wir aber starten, ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke, falls ihr kein Video mehr in Zukunft verpassen wollt und stets die neuesten Videos bei euch mit angezeigt bekommen haben möchtet, so dass ihr dann auch immer bei uns mit regelmäßigen Content weiterhin versorgt werdet, wenn euch unser Content entsprechend soweit gefällt. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, lieber Andreas. Buongiorno, lieber Samir. Kaum warst du zwei Tage nicht da, steigt der Markt wieder, Andreas. Wie kannst du dir das erklären? Ich kann mir das so erklären, weil ich war ja zwei Tage nicht da und habe dann auch noch ein paar Zertifikate gekauft und dir will es nicht glauben. Auch die sind gestiegen. Also es ist immer ganz gut, mal ein paar Tage nicht da zu sein, vorher was zu kaufen und dann wieder zurückzukommen. Jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, kaum bist du wieder da, könnten die Märkte wieder ein bisschen schwach werden. Das glaube ich. Ja, glaubst du nicht? Das glaube ich nicht. Genau, wir wollen mal schauen. Wir haben am Freitag Andreas Arbeitsmarktdaten bekommen. Die sind etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Das ist ja so das Ziel der Notenbank, dass man den Arbeitsmarkt so ein bisschen leicht schwächen möchte, um die Inflation so ein bisschen weiterhin zu drücken. Die Märkte haben daraufhin doch recht positiv reagiert. Dow Jones hat dann auch zwischenzeitlich wieder ordentlich zugelegt. Nasdaq hat deutlich zugelegt. Der DAX ist jetzt wieder auch so um der Marke knapp bei 18.200 Punkte. Wie sieht es jetzt beim Chart im DAX aus? Gestern habe ich meinen Senf hier persönlich abgegeben. Wie sieht dein Senf aus? Ja, also erstmal sind wir wieder an eine Marke herangelaufen. Das sieht bisher positiv aus. Man muss natürlich mal ein wenig vorsichtig sein, wenn solche Bewegungen aufgrund von solchen Meldungen kommen. Das ist übrigens natürlich sowohl als auch. Das heißt, wir haben ja beim letzten Mal zu positive Daten für eine Zinssenkung bekommen. Jetzt haben wir mal 0,1 Prozent höherer Arbeitslosenquote. Kaum ist das so, sagt der Mark, das ist ja alles in Butter. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal wir ja immer noch auf die Geopolitik achten müssen. Da braucht sich scheinbar doch auch wieder ein bisschen was zusammen, was wir auch leider in Rüstungsaktien zum Beispiel sehen. Und insofern würde ich eher dazu tendieren zu sagen, wenn der DAX heute auch einen freundlichen Tag hinlegt, der Beginn war ja gut, das Wochenende war gut, dann könnte es durchaus noch ein Stückchen weiter nach oben gehen. Aber das ist halt ein Wenn. Und da wir heute sehr viele DAX-Unternehmen mit Zahlen bekommen haben, heute Morgen, das heißt sehr viele, also unverhältnismäßig viele, muss man sich das mal anschauen. Wir sind ja hier mit dem Zertifikat investiert. Das ist jetzt auch schon mit rund 8 Prozent im Plus. Dieses Zertifikat wird auch gerade eingeblendet. Und wir bleiben natürlich da weiter investiert, weil wir dann natürlich mit einer kleinen Position drin sind, klein im Hebel drin sind. Bis dato sind wir damit zufrieden. Kennnummer ist UL7SJP, der Hebel 5,3, Knockout-Schwelle weit, weit entfernt, 14.906. Und wir, wie gesagt, bleiben da erst mal investiert. Genau, weiterhin interessant in diesem Zusammenhang. Kleinerer Hebel, das hatten wir ja in der letzten Woche besprochen. Wir haben ja in diesem Jahr einiges soweit umgestellt. Das Depot kann sich auf jeden Fall stark blicken lassen. 22 Prozent seit Jahresanfang. Und Roundabout, glaube ich, über 40 Prozent seit November. Also unsere Trades laufen da wirklich sehr gut. Wir haben auch entsprechend einiges an strategischer Ausrichtung uns soweit überlegt und auch dementsprechend uns dem Markt angepasst. Beim DAX selbst, vielleicht können wir das Zertifikat, nochmal anblenden, an die Regie. Weiterhin interessant, kann man jetzt noch nachkaufen, weil die Zuschauer fragen uns ja immer, ich meine generell, wir geben ja keine Anlageberatung, sprechen auch keine Kaufempfehlung aus. Aber es ist durchaus weiterhin interessant. Könnten wir nochmal die 18.5 vielleicht nochmal als Test sehen? Wie würdest du das einschätzen? Ja, das ist eine Frage des Horizonts, wie inwieweit ich mich jetzt bis zum Halbjahr im DAX investieren möchte. Meine persönliche Ansicht dazu ist, darüber müssen wir schon sprechen, weil wir sind ja praktisch fast schon zur Mitte des Mai, müssen wir aber soweit müssen bedenken. Und das heißt, wir sind nur noch sechs Wochen vom nächsten großen Übergang entfernt, nämlich im Halbjahresbilanz. Und wenn wir uns die Halbjahresbilanz vom DAX angucken, müssen wir sagen, die ist doch sehr gut. Ich habe da auch keine Befürchtung, dass wir bis zum 30. Juni jetzt groß nach unten gehen werden. Also wenn ich diese Perspektive jetzt einschalte, die nächsten sechs Wochen, würde ich es auf jeden Fall machen. Deshalb machen wir es ja letztendlich so, dass wir mit kleinen Hebeln arbeiten, dass wir natürlich auch mal den einen anderen haben. Genau, eher lieber mal ein bisschen wieder nachkaufen, ein bisschen akkumulieren, wenn der Haupttrend ja vollkommen intakt ist. Und das ist ja eigentlich ganz gut gelaufen in diesem Jahr. Genau, und insofern kann man das immer noch zukaufen. Wer jetzt also daneben sitzt und denkt, der kann da jetzt irgendwo ganz genau an der Stelle irgendwas... Timing ist schwierig. Das ist gerade beim DAX momentan sehr schwierig. DAX ist schon so ein bisschen, ich sage mal, bitchy, ja, so ziemlich manchmal ein bisschen unkalkulierbar. Aber wenn man das jetzt mal so von mittelfristigem Standpunkt aus sieht, würde ich mal sagen, wir haben das erste Halbjahrestief gesehen. Das ist jetzt meine Meinung mit den 17,4. Und ich glaube auch, dass wir bis zum Ende des ersten Halbjahres durchaus wieder das Allzeithoch erreichen können. Genau. Mehr würde ich aber auch noch nicht unbedingt sagen. Genau, also bleibt weiter interessant. Also wir bleiben auf jeden Fall weiterhin positioniert. Alle Updates wie gewohnt unter happyturders.live oder unter Märkte und Trends im Plus-Bereich bekommt ihr von uns natürlich in Echtzeit immer auch alle Infos von jeglichen Transaktionen, die wir soweit umsetzen. Gut, jetzt kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema. Während alle gesprochen haben, KI-Thema. Die Blase ist geplatzt. Nvidia hat seine Rekordhöchststände gesehen. Das war's. Wir gehen jetzt wieder, ja, zum Boden der Realität zurück. Ist die Nvidia wieder doch kräftig in den letzten Wochen eingestiegen. Wir haben das auch hier entsprechend ja tiefgründiger besprochen, analysiert. Wir haben uns die Fundamentaldaten angeschaut. Wir haben uns die Chart-Technik etwas genauer anschaut. Wir haben uns auch große Analysten mal angehört, wie die das persönlich so einschätzen. Es gibt ja durchaus Kritiker, wie bei vielen Dingen ja auch, und vor allem aber auch Befürworter, die sagen ganz klar, Nvidia, die sind einfach den, ich sag mal, der Konkurrenz, der Mitbewerber meilenweit voraus. Jetzt sind wir wieder auf dem besten Wege, Andreas. Über 900 Dollar unser Zertifikat. Vielleicht können wir das an dieser Stelle auch mal ganz kurz erstmal einblenden. Das wird jetzt auch hier gerade gemacht. Da steht es, Andreas. Genau, ist über 40 Prozent im Plus. Was sagst du, sollte man da weiter positioniert bleiben? Ja, wir wissen eher, dass Nvidia jetzt ein Spätzünder ist, was die Quartalszahlen angeht, die kommen am 22. Mai. Ihr seht das Zertifikat eingeblendet, ME3KPB, Hebel ist 1,97 und KO-Schwelle 434 US Dollar. Jetzt haben wir ja eine Korrektur gesehen. Wir haben das hier auch schön bei uns auf dem Monitor in den Charts zu sehen, dass wir da auch da reingeschrieben haben, Korrektur als Einstiegschance. Es war so, dass es eine Einstiegschance war. Jetzt ist jetzt nicht gesagt, dass wir natürlich bis zum 22. Mai völlig durch die Decke gehen. Aber wir könnten natürlich, da sind wir ja auch nur noch ein Schnäppchen von entfernt, 40 Dollar mal. Wir kriegen ja noch die Zahlen, die ich kurz unterbrechen darf. Die kommen ja jetzt noch Ende Mai raus. Aber ich denke einfach, dass wir dieses Hoch da abtesten werden, was wir bisher hatten. Vor den Zahlen glaube ich nicht, dass wir das jetzt rausnehmen werden. Also 41 Prozent. Das wäre tatsächlich, was ich mir auch mit jetzt beschwinde. Also 41 Prozent, da sollte man doch schon überlegen, wo man sagt, komm, in Klammern, scheiß drauf, 41 Prozent ist 41 Prozent. Moment, gut zu hören. Ich wollte jetzt eigentlich von der Aktie was erzählen, nicht vom Zertifikat. Das Zertifikat kommt ja gleich noch dran. Klar sind wir 41 Prozent im Plus. Und das ist was du gerade angesprochen hast und was ich ja auch gerade bestätigt habe, dass ich nicht glaube, dass wir vor den Zahlen, die ja noch rund zwei Wochen entfernt sind, dass wir da, oder ja, zwei Wochen genau, dass wir da schon über das Allzeithoch drüber gehen. Das heißt, wir werden da nochmal abprallen. Da bin ich mich fest von überzeugt. Insofern werden wir das Zertifikat natürlich glattstellen mit diesem Gewinn, den wir da haben. Wir suchen uns dann natürlich heute einen Zeitpunkt aus. Denn noch ist der Trend ja aufwärts gerichtet. Warum sollten wir jetzt in einen aufwärts gerichteten Trend rausgehen? Natürlich verkauft man nicht am Hoch, aber man verkauft in den laufenden Aufwärtstrend rein. Da wir jetzt drei grüne Kerzen haben, gehe ich mal davon aus, dass noch eine vierte kommen wird. Dann werden wir ja die Position glattstellen. Und dann werden wir uns natürlich auch überlegen, ob wir zum Beispiel zu den Zahlen, vor den Zahlen, nach den Zahlen wieder reingehen. Also ich glaube schon, dass wir auch das Hoch sehen werden. Ich glaube auch schon, dass wir die 1.000 Dollar rausknacken werden. Ich denke auch schon, dass wir so die 1.100 Dollar sehen werden. Ja, das glaube ich alles auch, aber nicht vor den Zahlen. Die 1.000 Dollar? Glaube ich nicht vor den Zahlen. Das wieder rausnehmen. Also ich sage es, wir sehen es vor den Zahlen. Gut. Mach das. Gut, dann gehen wir weiter. Bitcoin, gestern knapp 65.000 US-Dollar. MicroStrategy hatten wir immer wieder besprochen. Auch da haben wir uns einen, ja muss man ja sagen an dieser Stelle, einen strategischen Schlachtplan überlegt, wie wir das schaffen, obwohl wir einen Hebel ein bisschen was über 1, also über 1 rausgenommen haben. Die Aktie hat ja wirklich von seinem Hoch knapp bei 2.000 US-Dollar deutlich abgegeben. Ich glaube 1.200, 1.300 US-Dollar, wo wir gesagt haben, ja, ganz, ganz wichtig, kleine Positionsgröße, kleinere Hebel, weil die Aktie an sich schon recht volatil ist, dass man da nicht einfach unter Druck gerät. Und ja, die MicroStrategy hat ja dann irgendwann mal deutlich korrigiert. Einige, ja, große Hedgefonds, Shortseller, die sich da sozusagen vergnügt haben an der Aktie, die dann auch deutlich abgegeben haben. MicroStrategy hat ja dann zu einer auch rausgebracht. Ich habe im Übrigen gestern auch einen mega, mega, mega tollen Vortrag von Michael Saylor gehört. Klar, er möchte ja sein Unternehmen auch entsprechend mehr und mehr an Bitcoin adaptieren, dass es praktisch letztendlich physisch 1 zu 1 umgesetzt wird. Aber natürlich in diesem Sinne ist es ja ganz sehr gehebelt. Bitcoin nach der kräftigen Korrektur von 23 Prozent. Gute Chancen wieder zu einer technischen Erholung? Fragezeichen? Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Erholung, wie du richtig gerade gesagt hast, sehr kräftig war. Die Aktie eben von dem Tief dort auch fast 30 Prozent zugelegt hat. Was, wenn man gute physische Konsistenz hat, also Konstitution hat, man auch mit überleben kann. 30 Prozent in drei Tagen hin und zurück. Da muss man schon sportlich dabei sein. Man muss Nerven bewahren, was wir ja auch getan haben. auch vor allem in Schwächephasen dann reinzugehen. Wir sind ja mit diesem Zertifikat, ganz klar gesagt, noch immer leicht im Minus. Aber eben aus dem Grunde haben wir natürlich in Schwächephasen auch nachgekauft. Und wir gehen schon davon aus, das ist genau noch immer der Schlachtplan mit dem Bitcoin, dass der Bitcoin die 100.000 Dollar in diesem Jahr überschreiten wird, beziehungsweise zumindest mal sehen wird. Und diese Rallyephasen nach einem Halfing, die dauern ja rund ungefähr ein bis eineinviertel Jahre an. Das heißt, das Ei, die eigentliche Rallye, die kommt ja jetzt erst noch und die werden wir natürlich auch in der Aktie sehen. Insofern, weil wir es mittelfristig geplant haben, haben wir da auch relativ gelassen drauf geguckt, als wir jetzt die erste Position, glaube ich, so um die 1600 Dollar reingenommen haben und das Ding dann jetzt hier bis unter 1000 Dollar runtergerutscht ist, weil wir eben so einen kleinen Hebel gehabt haben. Die Alternative ist natürlich zu einem Zertifikat mit so einem kleinen Hebel, dass man gleich die Aktie kauft. Aber da muss man ein bisschen Kleingeld mitbringen. Und das Vorteil beim Zertifikat ist, dass du mit wesentlich weniger Kapital hier dabei sein kannst. Und das ist ja der Sinn der Sache, dass man sozusagen die Bewegung mit kleiner Investitionen begleitet. Das machen wir auch weiterhin. Und wie du richtig gesagt hast, wir werden es wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufstocken. Ja, genau. Also am besten blenden wir noch mal das Zertifikat an von der MicroStrategy. Also da werden wir auf jeden Fall nach der Sendung weiterhin akkumulieren. Das heißt, wir werden weiterhin kaufen. Das wird kurz mal eingeblendet. Wertpapierkennummer, Martha Emil 6Z3Z. Da steht es auch oben, Nachkauf geplant. Der Hebel 1,4. Und da werden wir auf jeden Fall weiterhin aufstocken und die MicroStrategy auch weiterhin, ja, die Position aufbauen. Soviel erstmal auch zu dem Zertifikat. Weißt du, was ich auf jeden Fall sehr interessant fand? Der Michael Zähler hat ja gar nicht mal so unrecht mit einer Aussage. Er sagt, es gibt zwei Szenarien beim Bitcoin. Kennst du die zwei Szenarien? Ja, ja, die hast du schon wieder öfters. Nee, nee, das ist ja das Risiko. Das größte Risiko beim Bitcoin ist ja, dass du gar kein Bitcoin hast. Das ist erstmal das größte Risiko, was du haben kannst. Aber die zwei Szenarien, die sind noch besser. Entweder es geht auf Null beim Bitcoin oder ins Unermessliche. Ja, aber da hat er wahrscheinlich weit nach oben. Es gibt ja nur die zwei Szenarien. Ich glaube, da hat er fast schon bei Warren Buffett ausgeliehen. Weil das hätte er auch wahrscheinlich gesagt. Irgendwie das Ding geht gegen die Wand, die Firma, was er auch sehr oft jetzt schon erlebt hat mit seinen Investitionen. Oder es führt halt eine neue Microsoft oder sowas in die Richtung. Und es ist klar, du hast ja immer nur... Du meinst jetzt Microstrategy oder... Nein, ich meine jetzt Warren Buffett mit dieser Aussage, weil das ist ja Warren Buffett eigentlich so halb auf der Ecke. Und das kannst du ja für jedes Unternehmen sagen. Wenn du zehn Unternehmen hast, wo ich sage mal eine Million reingehauen hast und die gehen alle pleite. Du hast aber dann ein Unternehmen, wo du eine Million drin hast und das ist der Burner. Und sagen wir mal, da machst du dann 200 Millionen Gewinn, was ja durchaus möglich ist über einen längeren Zeitraum, wie Warren Buffett das auch gemacht hat. Dann ist ja alles okay. Ja, also maximal ein Prozent der Weltliquidität, wenn man so möchte, oder auch der Weltbevölkerung ist da noch nicht mal annähernd in Bitcoin positioniert. Mal schauen, wie es kommen wird. Da müsste man eigentlich wieder schon eine eigene Sendung daraus machen. Aber schreibt es einfach mal in den Kommentaren. Was denkt ihr? Bitcoin null oder unbegrenzt nach oben raus? Wir freuen uns natürlich auf jegliches Kommentar. In diesem Sinne, bleibt dran. Wir sehen uns dann heute Nachmittag. Bei uns dann im Märkte und Trends Teil 2 unter heavytraders.live Am besten kostenfrei registrieren, dann seid ihr auch hier im Livestream mit dabei. Ansonsten Kanal abonnieren, lasst ein Like da und wenn Fragen sind, einen Kommentar. Glocke aktivieren, für die nächsten kommenden Videos. Bleibt dran, bis demnächst. Genau, bis gleich. Die Polizei soll jets citreken, bis zum nächsten Mal. Ich muss aufpassen, Vielen Dank.